Herzlich Willkommen meine Lieben, ich möchte heute mit euch ein paar Worte über die aktuelle Zeit verlieren, meine Gedanken mit euch teilen, wie ich darüber denke, was ich darüber denke. Man spricht doch immer wieder mit Menschen, die einen anschreiben, die man trifft, mit denen man sich unterhält und wir sehen, wir leben in einer Zeit der Maskenpflicht, der Lockdowns, der Impfpflicht, der politischen Unruhen, der Finanzkrise, wir leben allgemein in einer Zeit der Angst und Panik und ich merke, dass diese Zeit tatsächlich immer mehr in uns etwas bewirkt, etwas auslöst und selbst an meinem Verhalten merke ich zunehmend, dass ich mich für Themen interessiere, für die ich mich früher gar nicht interessiert habe, die an mir links und rechts vorbeigegangen sind, weil ich einfach meine anderen Interessen verfolgt habe und das Ganze außer Acht gelassen habe. Mittlerweile stelle ich fest, dass ich tatsächlich zunehmend mich für die Politik interessiere, für die weltweite Politik, zunehmend für das interessiere, was hier in Deutschland um uns passiert, zunehmend dafür interessiere, welche Rechte ich als Bürger in Deutschland habe und das sind Dinge, die tatsächlich etwas in uns Menschen auslösen. Zunehmend höre ich Fragen, wie würdest du reagieren, was ist deine Meinung darüber? Das heißt, man ist im Grunde genommen mehr oder weniger sogar quasi aufgefordert, eine Position zu ergreifen und eine Meinung zu vertreten, die in dieser Zeit tatsächlich aktuell wird. Wir haben tatsächlich ganz viele neue Themen bekommen, die auf der Tagesordnung liegen, die tatsächlich immer wieder uns bewegen, uns beunruhigen und uns in so einen Zustand der Angst und Panik versetzen. Und deswegen möchte ich im Grunde genommen mit dir heute einen Ratschlag teilen, den ich vom Heiligen Geist selber bekommen habe. Und dieses Wort hat mir heute tatsächlich auch innere Ruhe gegeben. Und deswegen möchte ich dir das heute sagen. Wie gesagt, ganz, ganz viele Fragen. Lockdown, Impfpflicht, was passiert mit uns? Wann hört das auf? Wie hört das auf? Was kommt auf uns zu? Und das sind Dinge, die uns tatsächlich wirklich außer Bandschlagen. Und als ich heute so darüber nachdachte, kamen für mich zwei Dinge, die mir sehr wichtig sind, die ich sofort aufgeschrieben habe. Vergiss nicht, Gott ist immer an deiner Seite. Das war für mich wie so ein Trostwort. Ja, vergiss nicht, Gott ist immer auf deiner Seite. Und der nächste Gedanke, der zu mir kam, ist, mach deine Arbeit und lass dich nicht ablenken. Ihr Lieben, diese zwei Dinge sind mir heute persönlich sehr wichtig geworden. Gerade als Mensch, der Gott vertraut, der meint, er ist gläubig. Ja, ich sage das ganz bewusst, er meint, er ist gläubig. Merke ich, dass tatsächlich sehr viele Menschen, auch Menschen, die mich umgeben, ja, doch in einen Zustand der Angst und Panik geraten. Ich habe selbst Dinge erlebt, die mich in diese Situation hineinversetzt haben. Und deswegen ist für mich dieses Wort gerade heute umso wichtiger. Und deswegen möchte ich es ganz dolle mit dir teilen. Zwei wichtige Punkte. Vergiss nicht, Gott ist auf deiner Seite. Und lass dich nicht ablenken. Mach einfach deine Arbeit weiter. Wie die Arbeit auch immer aussehen mag, mach die einfach weiter. Ich möchte dir mit diesen mutmachenden Sätzen, zwei mutmachenden Sätzen, einfach vier Bibelstellen hinterlassen, die dich dazu auch nochmal ermutigen und motivieren sollten in dieser Zeit. Wenn wir Römer Kapitel 10 Vers 11 aufschlagen, denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht beschämt werden. Nächste Bibelstelle, Hebräer 13, 8. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Jesus Christus ist derselbe, der gestern war, der heute ist und auch in Ewigkeit bleibt. Das heißt, er verändert sich nicht. Wer an Gott glaubt, wird nicht beschämt werden. Es mag sein, dass du im Leben bestimmte Dinge durchgehst, die tatsächlich dich als Loser darstellen werden. Dass du Dinge erleben wirst, die vielleicht kurze Zeit dich als denjenigen darstellen werden, der verloren hat. Aber auch in dieser Zeit bleibt Gott seinem Wort treu. Ich merke das in meinem Leben. Ich bin durch verschiedene Schritte und Lebensabschnitte gegangen und gehe durch bestimmte Dinge immer noch durch. Aber ich merke, wie treu Gott zu seinem Wort steht, dass mich auf ihn absolut verlassen kann. 2. Thessaloniker, Kapitel 3, Vers 3. Aber der Herr ist treu. Der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Egal, wie böse die Welt heute ist. Egal, wie viele Masken wir um uns herum sehen. Egal, wie weit dieser Lockdown noch ausgebreitet wird. Egal, wie die Impfpflicht oder ob die Impfpflicht kommen wird oder nicht. Du musst eins wissen. Gott ist treu. Er ist dein Vater. Und er wird dich niemals aus seiner Hand lassen. Das ist heute eine Zusage, die uns motivieren sollte. Und Psalm 121, Vers 3, das ist die letzte Bibelstelle, Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Das ist eine wichtige Zusage für uns. Nicht wahr, ihr Lieben? Der, der mich behütet, er schläft niemals. Deswegen kann ich mich heute in Ruhe hinlegen, ausschlafen, abschalten und mich vollkommen auf den verlassen, der zu diesem Zeitpunkt und niemals einschläft, niemals sein Auge zumacht, niemals etwas aus seiner Kontrolle herausgibt. Sondern er behält das letzte Wort. Und er weiß ganz genau, wenn du dich auf ihn verlässt, kann er sich in deinem Leben und durch dein Leben offenbaren. Deswegen, wie gesagt, ein ganz kurzes Wort für dich heute. Sei einfach stark. Das ist mein Ratschlag heute für dich. Verlass dich auf den Herrn. Gott ist an deiner Seite. Und konzentrier dich darauf, dass du deine Arbeit weitermachst. Die Dinge machst, die in dieser Zeit so viele Menschen durcheinander bringen, die wissen gar nicht mehr, was sie zuerst machen müssen. Es gibt ganz, ganz viele Ratschläger. Der eine sagt das, der andere das andere. Der andere empfiehlt das, der andere das andere. Gott empfiehlt dir, bleib ruhig. Eine wichtige Aussage, die für diese Zeit besonders an Bedeutung gewinnen sollte. In meinem und deinem Leben. Deswegen sei in diesem Sinne gesegnet. Ich wünsche dir weiter viel Mut, viel Kraft für das, was du tust. Lass dich nicht ablenken. Verlass dich auf Gott. Noch einmal. Ich wünsche dir, danke. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020